Setzen Sie ein. Temporale Präpositionen. Um 8 Uhr. Exakt. Am Morgen. Am Abend. Von nun an. Mit der Zeit Stück für Stück. Zur Zeit. Am Ende. Zum Schluss. Des öfteren. Oft. Am Nachmittag. In der Nacht. In der Zukunft. Unter der Woche. Am Wochenende. Im Sommer. In Kürze. Gegen Abend. Ungefähr. Im letzten Monat. Oben. Oder nach oben. Von oben. Ab und zu. Manchmal. Im ersten Vierteljahr. Von Tag zu Tag. Während des Essens. An oder zu Weihnachten. In der Mitte. In der Mitte. Im Halbjahr. In der Vergangenheit. Im Frühling. 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 Im Frühling.